Das ist das Lenovo IdeaPad 5i und es ist ein Chromebook für Cloud Gaming. Es unterstützt Nvidia GeForce Now und Xbox Cloud Gaming. Es ist ein schickes 16 Zoll Chromebook aus Aluminium. Es hat ein IPS-Display mit 120 Hz, einer RGB-Keyboard, großer Akku und vieles mehr. Ich werde das IdeaPad jetzt testen und meine Meinung mit euch teilen. Follow me for more. Bis zum nächsten Mal.